Hallo, hier ist der Robert von Mahnmalgegendes Vergessen. Ich hatte soeben ein Gespräch mit dem Karsten Hempel und heute ist was Unglaubliches geschehen. Der Totschläger, der Syrer, der im Karsten Hempel seinen Sohn totgeschlagen hat, bekam für dieses Verbrechen von deutscher Gerichtsbarkeit zwei Jahre auf Bewährung. Ihr hört richtig, einen deutschen Tod zu schlagen, bekommt man zwei Jahre Bewährung. In Deutschland gibt es Urteile, das kann ich euch versichern. Da bekommt man voran blaues Auge und nicht mehr ohne Vorstrafen. Ein Jahr Gefängnis ohne Bewährung, wenn es darauf ankommt, wenn die wollen, wenn man ein Deutscher ist. Ich bin ziemlich aufgebracht deshalb und der Karsten hat mich gebeten, wir sollen das viral machen. Das sollen wir überall mitteilen. Ich bitte euch, teilt es, auch in Zeiten von Corona ist es extrem wichtig, was hier abläuft. Wenn unsere deutschen Gerichte in dieser Zeit, wo wir doch eigentlich, was manche meinen, befreit werden sollen, solche Urteile sprechen, sind doch das ganz klare Signal, was hier abläuft und weiterhin ablaufen wird. Wir werden uns was ausdenken, wie wir in diesem Fall auf jeden Fall in die Öffentlichkeit kommen und das breit publik machen. Bitte verteilt das, bitte teilt es jedem mit, was hier in Deutschland abläuft. Wenn ein Syrer einen deutschen Tod schleckt, was ein Unfall gewesen sein soll, zwei Jahre Bewährung.